Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichten-Podcast vom Standard. Ein neuer Stil für Österreich, getragen von Leistungsträgern. Das war das Versprechen, das Sebastian Kurz seinen Wählern gegeben hat. Als Bundeskanzler hat er sich dann nur zu gern mit den großen Wirtschaftsposten des Landes gezeigt und für österreichische Unternehmen im Ausland Werbung gemacht. Soweit bekannt, doch wie Recherchen der Standard zeigen, dürfte sich Kurz-Engagement als Kanzler für Unternehmer wie René Benko oder auch für den Einsatz von Wasserstoff tatsächlich auch privat bezahlt gemacht haben. Und darüber sprechen wir heute. über die umstrittenen Deals unseres Ex-Kanzlers Sebastian Kurz. Josef Geb, du leitest das Wirtschaftsressort beim Standard und du und deine Kollegen, ihr habt euch in den vergangenen Tagen mit den Geschäften unseres Ex-Kanzlers Sebastian Kurz auseinandergesetzt. Der ist ja schon länger nicht mehr Kanzler. Was ist denn bisher darüber bekannt gewesen? Also bisher ist bekannt und es wird auch sozusagen kommuniziert seitens Kurz. Er ist Unternehmensberater. Er hat eine Firma, die SK, Sebastian Kurz Management GmbH. Er ist auch Investor. Das sind so die Sachen, die man kennt und die er auch verbreitet. Er ist unter anderem an einer Firma beteiligt. Er ist AS2K. Das ist gemeinsam mit dem Alexander Schütz. Der war mal Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank und hat eine Investmentgesellschaft namens C-Quadrat gegründet. Er berät den Peter Thiel, diesen umstrittenen US-Geschäftsmann. Der ist ein globaler Stratege, berät den eben. Und er hat auch eine Minderheitsbeteiligung an einem Start-up in Israel mit dem frühen Chef der NSO Group. Die kennt man, weil sie die Spionase Software Pegasus herstellt. Das ist quasi das, was man weiß. Das ist ein sehr breites Themenfeld, auf dem Kurz sich da bewegt. Was macht er denn so ganz allgemein zusammengefasst für diese Firmen? Ist er da nur Berater? Er ist einerseits Berater und andererseits ist er Investor. Und da hilft es natürlich, dass er Kanzler war. Noch dazu der Jüngste der Geschichte, wie es sozusagen auf seiner Website zu lesen ist. Und da kennt er natürlich viele Leute, war mit unterschiedlichen Bereichen und Akteuren in Kontakt. Und das ist natürlich eine gute Ausgangsbasis für derartige Beratungen. Ja, und dass ein Politiker nach seiner Amtszeit in die Privatwirtschaft wechselt, ist ja nicht ungewöhnlich. Das sehen wir öfters. Was hat euch denn stutzig gemacht, dass ihr jetzt da noch genauer hingeschaut habt? Also Sebastian Kurz war schon während seiner Kanzlerschaft nahe an den Unternehmen dran. Ganz besonders, wie man oft hört, am Rene Penko. Die gelten auch als befreundet. Und hat lobbyiert oder die Werbetrommel gerührt für gewisse Wirtschaftsbereiche, energiepolitisch zum Beispiel, und hat sich dadurch ein Netzwerk erarbeitet, das ihm heute geschäftlich quasi zugute kommt und wo er auch in diesen Bereichen jetzt auftaucht. Das heißt, es gibt da den Verdacht, vielleicht ist das so scharf formuliert, aber es gibt da die Hinweise, dass der Bundeskanzler Sebastian Kurz schon während seiner Amtszeit, vielleicht auch in der künftigen Karriere des Privatmanns, des Geschäftsmanns Sebastian Kurz gearbeitet hat. Ist das so die These? Ich glaube nicht, dass er darauf hingearbeitet hat, weil ja dieser Rücktritt vom Sebastian Kurz Ende 2021 auch relativ spontan gekommen ist, für ihn, glaube ich, auch unerwartet war. Ich glaube, er hat sich noch eine längere politische Karriere erhofft. Aber man sieht schon, dass eben die Bereiche, die er als Politiker stark betrieben hat, wo er auch stark und aktiv kommuniziert hat, sind die Bereiche, wo er heute geschäftlich tätig ist. Also da gibt es große Schnittmengen auf jeden Fall. Dann gehen wir mal genau auf das ein. Welche Hinweise habt ihr denn gefunden, dass es da tatsächlich Überschneidungen gibt, dass es da vielleicht auch so Interessenskonflikte gibt? Kannst du da ein Beispiel nennen? Mein Kollege Fabian Schmidt hat kürzlich recherchiert, das ist ein besonders wichtiger Fall, der gerade stark öffentlich debattiert wird, eben der Signa-Komplex. Schon im Jahr 2018 war Benko mit bei einer Kanzlerreise nach Abu Dhabi. Das war eine Reise, wie sie eigentlich immer wieder stattfindet. Das macht Kanzler, aber auch Minister zum Beispiel. Und da fahren Geschäftsleute mit, die sich Geschäfte in dem Land erhoffen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Durchaus ungewöhnlich ist, wie konkret das laut Dokumenten dann stattgefunden hat, die mein Kollege Fabian Schmidt recherchiert hat. 2018, als kurz noch Kanzler war, wurde schon quasi geworben in Abu Dhabi, dass der dortige Staatsfonds einsteigt in die Signa mit 10 Prozent. Mubadala ist wirklich milliardenschwer und die haben sich erhofft, dass die quasi investieren. Und das hat auch der Kanzler damals betrieben. Dann war der Rücktritt und nachher war Kurz quasi als Privatmann für dieselben Zwecke dann wieder unterwegs. Er hat wieder dort geworben, neuerliche Investitionen. Und da zeigen sich eben Überschneidungen. Das heißt, der Kanzler hat damals Werbung gemacht für ein Unternehmen aus Österreich, in dem Fall die Signa von Reni Benko, damit ein Investmentfonds aus Abu Dhabi investiert in diese Firma von Reni Benko. Genau, richtig. Der Reni Benko, das war ja so eine Art Ein-Mann-Investment-Haus. Der hat ja viele große Investoren gehabt. Und die haben sich natürlich viel davon erhofft, dass diese wirklich sehr, sehr reichen Emiratis da auch noch einsteigen. Und da hat der Kanzler dafür scheinbar laut diesen Dokumenten, die uns vorliegen, lobbiert. Und jetzt sagst du, es ist nicht ungewöhnlich, dass Bundeskanzler und vielleicht auch Außenminister sich für österreichische Unternehmen im Ausland einsetzen. Ungewöhnlich ist es aber, dass eben nach Sebastian Kurz' Kanzlerschaft es anscheinend zu einer Arbeitsgemeinschaft zwischen einer Firma von Reni Benko und ihm gekommen ist. Was konkret hatte denn Kurz von diesem Deal? Kurz war dann eben als Berater tätig, hat potenziell Investoren gesucht im Nahen Osten, eben vor allem in Abu Dhabi, und hat dafür Erfolgshonorare kassiert oder kassieren wollen, weil die Signale ist ja dann pleite gegangen und war dann quasi ein bezahlter Berater. Es gibt da natürlich einen gewissen Anschluss an das, was er schon in seiner Zeit als Bundeskanzler ein Stück weit getan haben dürfte. Da hat er schon für dieselben Zwecke geworben. Wobei man muss das ein bisschen differenzieren. Es ist natürlich so, dass bei diesen Reisen, wenn ein Unternehmen im Ausland zum Beispiel Probleme hat, ist es auch relativ normal, dass dann die Politik versucht zu intervenieren, dass man mit den dortigen Politikern spricht und so weiter. Aber hier geht es halt tatsächlich um das Begehr eines Einstiegs. Und das ist dann nochmal eine Stufe drüber meiner Einschätzung nach. Die Signale ist pleite gegangen, aber wenn sie nicht pleite gegangen wäre, wie viel hätte denn Sebastian Kurz für diese Beratungstätigkeit von Reni Benkos Unternehmen bekommen? Die Rede ist von 2,4 Millionen Euro, die der Firma des Sebastian Kurz versprochen worden sind. Und dann ist die Signale im Ende letzten Jahres pleite gegangen. Die offenen Honorarforderungen sollen dann 1,65 Millionen Euro betragen haben. Und auf diese Forderung hat das Büro Kurz kürzlich verzichtet. Also das haben sie selber gesagt, bestätigt, dass das passiert. Laut deren Aussage, weil der Aufwand das einzutreiben Größe ist aus der potenziellen Ertrag, weil eben die Signale Pleite, die mehreren Pleiten, die da stattfinden, derart komplex sind und derart komplex aufgearbeitet werden müssen. Das ist da der Hintergrund. Also wäre alles aufgegangen, dann wäre Sebastian Kurz vom Kanzler zum Millionär geworden durch diese Nähe zu Reni Benkos. Ja, wobei er eben, muss man auch sagen, als Unternehmensberater tätig ist. Er macht damit das, was viele andere Politiker auch machen. Aber es sind halt dieselben Akteure. Es ist halt Kurz, als er noch Kanzler war, unter anderem und Kurz, als er dann privater Berater geworden ist. Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt es die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giga-Netz. Josef, war diese zumindest mal ethisch fragwürdige Zusammenarbeit von Kurz mit Reni Benkos ein Einzelfall? Nein, was wir aktuell recherchiert haben, also konkret zusammen mit der niederländischen Investigativplattform Vollidemani, es zeigt sich, dass Sebastian Kurz noch einen Job hat mit Verbindung nach Abu Dhabi. Er ist einer der Direktoren der Europatochter von Masta, heißt das Unternehmen. Und Masta ist das wichtigste grüne Vorzeigeunternehmen in Abu Dhabi. Er ist, wie gesagt, quasi eine Art Geschäftsführer. Und Masta gehört ebenfalls Mubadala, dem Staatsfonds. Und andererseits der Artnok, das ist die Abu Dhabi National Oil Company, also dem Ölkonzern. Die zwei haben sich zusammengetan, um sozusagen wirklich ein großes grünes Unternehmen zu formen, damit Abu Dhabi auch die Energiewende gut meistert und so weiter. Und laut Firmenbuch in den Niederlanden fungiert er da als Direktor. Da gibt es sieben, die kennt man alle nicht, aber ihn kennt man und er steht da auch drinnen. Wieder Abu Dhabi. Wie kam es denn diesmal zu dieser Zusammenarbeit? Das weiß man eigentlich nicht. Das Büro Kurz hat uns gegenüber sich nicht dazu geäußert und Masta auch nicht. Was man aber weiß, ist, dass Kurz knapp vor seinem Abtritt im Sommer 2021 mit Abu Dhabi eine sogenannte Wasserstoffallianz, haben sie das genannt, unterschrieben hat. Und da geht es um engere Kooperation der wichtigsten Unternehmen in dem Sektor. Und unterschrieben auf der Seite von Abu Dhabi hat er dafür zuständige Politiker. Das ist der emiratische Industrie- und Technologieminister, gleichzeitig der Chef von Adnok und zugleich auch der Chef von Masta. Weil Masta gehört ja ein Stückerl zur Adnok. Das heißt, er hat quasi mit dem Menschen ein Deal unterschrieben, wo er dann ungefähr acht Monate später als Direktor begonnen hat bei einer Niederlassung. Wir wissen aber nicht, wie viel Geld Kurz dafür bekommt und wir wissen auch nicht, was er genau macht bei diesem Unternehmen. Also kurz nach dieser Unterschrift, die er noch als Kanzler getätigt hat für diese Zusammenarbeit im Bereich des Wasserstoffs zwischen Österreich und Abu Dhabi, wenige Monate später wird er dann Direktor bei der gleichen Firma. Er wird Direktor bei der gleichen Firma und er wird Direktor bei dem wichtigsten Wasserstoffunternehmen in Abu Dhabi, weil Masta ist eben das Aushängeschild in Sachen erneuerbare Energien und in Sachen Wasserstoff. Ich erinnere mich noch gut, nicht nur Sebastian Kurz, sondern auch später hat die ÖVP massiv Werbung für Wasserstoffautos unter anderem betrieben. Damals haben sich viele gewundert, denn es war schon eigentlich klar, bei Automobilen wird sich Wasserstoff wahrscheinlich nicht durchsetzen, da sind E-Autos schon viel weiter. Deshalb galt auch diese Kampagne, auch später von Karl Nehammer, als relativ umstritten. Müssen wir jetzt rückblickend die Intentionen der Volkspartei, nicht nur von Sebastian Kurz, neu bewerten? Hat da eine Klick an Politikern mehr an persönliche Profite gedacht, als an das, was jetzt am besten für die Energiewende in Österreich ist, um das jetzt spitz zu formulieren? Naja, es fällt auf, dass es enge Verbindungen nach Abu Dhabi gibt. Abu Dhabi ist ein wichtiges Land, da sitzen reiche Menschen, die mögliche Investoren in allen Bereichen sind und da gibt es viele Schnittmengen. Was das Thema Wasserstoff betrifft, fällt auf, dass es generell eine Linie ist von Teilen der österreichischen konservativen Politik und Teilen der Wirtschaft, dass man diesen ganzen Bereich Wasserstoff, grünes Gas, als breiten wirksamer darstellt, als es tatsächlich ist. Also es ist vielleicht nicht unbedingt der Blick auf künftige Profite, der das getrieben hat, sondern generell auch eine Lobbying-Initiative von Teilen der Wirtschaft, die sagt, naja, wir können grünes Gas in jede Heizung reinleiten, müssen nichts umbauen und so weiter. Und eine ähnliche Kampagne hat auch bei Wasserstoff stattgefunden. Es ist relativ klar, dass Wasserstoff nützlich ist für die Energiewende, auf jeden Fall, aber in sehr speziellen Anwendungen, weil es auch schwierig ist, grünen Wasserstoff zu erzeugen. Also ich habe jetzt irgendwo, ich glaube, auf Twitter gelesen, das ist das Champagner der Energiewende und das finde ich eine recht gute Formulierung. Es ist ungefähr so, man wird es brauchen. Aber so, wie das politisch kommuniziert wird und wie es auch Teile der Wirtschaft und der Wirtschaftskammer zum Beispiel kommunizieren, wird das nicht stattfinden. Nochmal für alle kurz zusammengefasst. Sebastian Kurz besorgt dem Geschäftsmann René Benko einen lukrativen Kontakt zu einem Scheich und Kurz erhält später als Geschäftsmann einen gut bezahlten Beratervertrag mit Benkos Firma. Und dann macht er als Kanzler Werbung für Wasserstoff aus Abu Dhabi und wird kurz nach seiner Kanzlerschaft ein Angestellter eines Wasserstoffunternehmens aus Abu Dhabi. Das klingt verrückt. Ist das alles legal? Es ist, denke ich, legal. Das sind Geschäfte, die trotz allem, was du sagst, nach seiner Kanzlerschaft stattgefunden haben. Wir sehen immer wieder, dass Politiker gleich danach irgendwo in die Privatwirtschaft einsteigen. Natürlich bringen die dann ihre Kontakte aus der Politik mit. Aber natürlich ist es auch fragwürdig. Und vor allem im Kontext Abu Dhabi ist es fragwürdig, weil man muss sich das vor Augen führen, dass Kurz mit Hilfe seiner politischen Kontakte dort Investments vermittelt, die dann hochkant scheitern. Und heute verklagt der Staatsfonds von Abu Dhabi die Signale von einem internationalen Schiedsgericht auf Rückzahlung dieses Geldes. Und Abu Dhabi ist ja gleichzeitig ein wichtiges Land, das Österreich auch braucht in Sachen Energiewende. Und Abu Dhabi ist auch zu ca. 25% an der OMV beteiligt, die Adnok, also der staatliche Ölkonzern. Und die Frage ist, ob sich da die privaten Geschäfte des Ex-Kanzlers nicht durchschlagen auf ein Verhältnis zwischen zwei Ländern, das eigentlich gut sein sollte im österreichischen Interesse. Also das ist schon sehr fragwürdig, muss ich sagen. Da ist ja wirklich alles miteinander verstrickt. Und es klingt so, als würde Sebastian Kurz auch hier nicht der Glücksritter für Österreich werden, der er mal sein wollte. Denkst du denn, werden die neuen Erkenntnisse zu Kurzgeschäften nach seiner Kanzlerschaft noch für ein politisches Nachbeben sorgen? Wird es da vielleicht auch zu Gesetzesänderungen kommen? Es gibt schon länger eine Debatte darüber, wie man mit solchen Fällen umgeht. Es ist ja nicht nur der Sebastian Kurz. Es gibt ja auch diese große Debatte im Kontext des Signals über den Ex-SWÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer, der wirklich unmittelbar nach seiner Kanzlerschaft bei der Signals begonnen hat. Es gibt Vorschläge, dass man so viel längere Cooling-Off-Phasen macht, dass Politiker, wenn sie abtreten, mal eine Zeit lang nichts machen dürfen und dann in der Privatwirtschaft anfangen. Sehr konkret sind diese Vorschläge nicht. Uns fällt bei unseren Recherchen der letzten Monate, eben im Fall Gusenbauer und Kurz vor allem auf, dass da Schnittmengen und Querverbindungen gibt, die durchaus problematisch sein können. Josef Gepp, vielen Dank für die Einblicke in die Geschäfte unseres Ex-Kanzlers Sebastian Kurz. Ja, sehr gern. Und wir machen jetzt gleich weiter mit unserem Meldungsüberblick. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Den Standard können Sie sowohl im Print als auch digital erwerben. Nach einer kurzen Pause machen wir gleich weiter. Da erzähle ich Ihnen unter anderem über die neuesten Erkenntnisse im Spionage-Krimi um Egisto Ott. Wir sind gleich zurück. Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt es die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giga-Netz. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach Bekanntwerden der Spionage-Affäre um den ehemaligen Staatsschützer Egisto Ott will Bundeskanzler Karl Nehammer die Geheimdienste mit mehr Befugnissen ausstatten. Eine von den Grünen geforderte Verschärfung der Spionage-Paragraphen mache nur Sinn, wenn auch die Abwehr, also die Möglichkeiten der Nachrichtendienste gestärkt werden, sagte Nehammer auf einer Reise nach Paris. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, DSN, sowie militärische Nachrichtendienste müssten mehr Instrumente bekommen, um gegen feindliche Nachrichtendienste vorgehen zu können. Denn Spione enttarnen sich nicht von alleine, sagt der Kanzler. Zweitens, während die Ukraine die westlichen Verbündeten einmal mehr mit Nachdruck um Hilfe und mehr Flugabwehrsysteme im Krieg gegen Russland gebeten hat, haben nach Angaben der Behörden der ukrainischen Region Harkiv-Russische Drohnen am Donnerstag Wohnhäuser in der zweitgrößten Stadt der Ukraine angegriffen. Dabei kamen unter anderem auch Rettungskräfte ums Leben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat das Zögern im Westen bei der Militärhilfe für das Land als völlig inakzeptabel kritisiert. Unterdessen ist es der ukrainischen Armee, eigenen Angaben zufolge immerhin gelungen, sechs russische Kampfjets mit Drohnenangriffen abzuwehren. Und drittens, die Bilanz des vergangenen Februar reihte sich nahtlos in die Parade der jüngsten Temperaturrekorde ein. Insgesamt liegen bereits neun Monate in Folge hinter uns, die weltweit gesehen jeweils die wärmsten waren, seit es verlässliche Aufzeichnungen gibt. Auch in Österreich fiel der Februar entsprechend auf. Noch kein Monat zuvor hatte einen so großen Abstand zum vieljährigen Mittel. Beim März, für den die Geosphäre Austria nun Zahlen vorgelegt hat, verhält es sich ebenso. Zumindest im heimischen Tiefland ist bisher nie ein wärmerer März beobachtet worden. Und nach dem viel zu warmen März könnte an diesem Wochenende zum ersten Mal die 30-Grad-Marke fallen. Mehr dazu und alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie bei jeder Tages- und Nachtzeit und bei jeder Temperatur auf derstandard.at. Wenn Sie noch mehr Podcasts vom Standard hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast-Edition Zukunft. Der hat in der aktuellen Folge eine Reportage aus Brasilien mitgebracht und sieht sich an, wie dort jetzt nicht mehr der Regenwald abgerodet wird, sondern die Savanne, die aber ebenso kritisch für unser Ökosystem ist. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast-at-derstandard.at. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann geben Sie uns doch gerne eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und abonnieren Sie auch unsere Kanäle. Ich bin Joel Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und schönes Wochenende. Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Gigernetz.